Zurück zu mehr Lebensqualität. Das wünschen sich Patienten und Patientinnen. Aber wussten Sie bereits, dass Sie sich die Klinik für Heilverfahren und Anschlussheilbehandlungen selbst aussuchen können? Das ist eigentlich ganz einfach. Nachdem Sie mit Ihrem Arzt die Notwendigkeit einer medizinischen Rehabilitation festgestellt haben, senden Sie Ihren Rehabilitationsantrag an den entsprechenden Kostenträger. Das Sozialgesetzbuch Nummer 9 sichert Ihnen in § 8 ein Wunsch- und Wahlrecht zu, wonach der Kostenträger Ihre Vorschläge berücksichtigen muss. Reichen Sie hierfür bei der Antragstellung eine formlose Ergänzung auf Ihre Wunschklinik ein. Eine passende Vorlage finden Sie bei uns zum Download. Sollte der Kostenträger dem Nicht stattgeben, können Sie mit dem ebenfalls zum Download bereitstehenden Formular schriftlich Widerspruch einlegen. So können Sie sich die Klinik aussuchen, bei der Ihnen aus Ihrer Sicht die beste medizinische Rehabilitation mit den richtigen Fachleuten zuteil wird oder die Ihren Aufenthalt in erreichbarer Nähe zu Ihrer Familie ermöglicht. Medical Park bietet in 13 Kliniken und zwei ambulanten Therapiezentren medizinisch-therapeutische Leistungen zur Rehabilitation und Prävention. Wir verbinden modernste medizinische Versorgung, Service auf höchstem Niveau und außergewöhnliches Ambiente für die Bereiche Orthopädie, Kardiologie, Neurologie, Onkologie und Psychosomatik. Mit Lage in den schönsten Urlaubsregionen Deutschlands dürfen Sie sich wohlfühlen und bei bester Betreuung gesund werden. Seien Sie nicht nur unser Patient, sondern mehr noch unser Gast.